Was willst du denn beleuchten? Unser Haus oder die Stadt? Jeder einzelne Spatzstrom. Tja, Hans, da bist du platt. Wenn Sie nach Energiesparlösungen schauen, werden wir ein Rad, neue Fenster und Kaminofen einbauen. Ist das nicht kompliziert? Ich zeig Ihnen alles, was Sie brauchen. Und zur Sicherheit werde ich einfach noch mehr Lampen kaufen. Lino, was weiß, Omi?